Ich bin sehr froh, dich heute zu treffen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und suchen, was du an deinem Beruf möchtest. Ich bin Marc Rechia und Simonter. Ich bin in der Schweiz noch in der Schweiz. Ich bin auch international. Die Filme, die ich mir schon mischt, sind unsere Dokumentarfilme. Du weißt schon, ob andere Festivals in der Wehmertigen haben? Ja, ich schreibe so, dass es ganz modestes Festivals war. Aber es war in Frankreich, ein Skaldokumentar. Aber es war immer noch eine große Karriere. Es war ein Festivals, wo ich auch in der Schweiz bin. Weil es nicht mehr Zeit war. Dubai war auch zum Beispiel ein Film, wo ich es geschafft habe. Aber es war nicht so hinzugehen. Und bei der großen Region. Wie empfindest du dich zu Lützeburg oder in den anderen Regionen? Hast du das Gefühl, dass du hier möglich bist? Dass du ein Sichtbar bist? Ich finde, dass es jetzt immens viele Möglichkeiten zu Lützeburg gibt. Das sind immens wenige Techniker, die da sind. Also die wirklich Lützeburger sind. Und dafür sind sie wirklich interessiert für Lützeburger Techniker. Und das ist immens positiv, dass es viel mehr besteht, wie es sich in der Stadt so erwartet. Und das ist alles, was ich in der Stadt so erwarte. Ich glaube, dass du das Projekt in der Schweiz ist. Du hast du das Projekt in der Schweiz? Das war am Anfang mit der Sexualität von den letzten beiden Jahren und auch mit Relationen. Und dann war es auch Luanda-Belsch in der Dostameienkommand. Ein 150-jähriges Jubiläum von einer großen Gesellschaft. Eine klassische Gesellschaft, die 150 Jahre Geschichte und 250 Minuten kondensiert. Ich wollte mich noch nicht dabei, weil ich lange montiere. Ich habe ein persönliches Projekt mit einem Kollegen in Kyrgyzstan gemacht. Das war mein zweites Plan. Ich musste mein Leben mit Geld verdienen. Das ist ein persönliches Projekt, wo ich kein Geld verdiene. Manche sind nicht dabei. Das ist in einem Moment, wo mich ein Hund sieht. Das ist eine Interaktion. Wir kennen das ganz gut. Das ist gut. Aber da kommen wir ja nur noch zu schätzen. Was erwartest du? Was erwartest du da? Was erwartest du da? Ich bin mit einer Person. Ich bin mit einer Person. Es waren so eng aus. Ich bin mit einem Menschen in einem zuherzen, wo es wirklich eine gemeinsame Gemeinsamkeit geht. Das ist das, was ich meine. Ich bin damit übrigens zu sein. Ich bin mit einemlichen Wert, die wir das Geburt entsろ glasseschzenぐらい, Vielen Dank.